hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen gewinnspiel und wie ihr seht es gibt einen sci-fi shooter und er nennt sich david oder david je nachdem wie man es aussprechen möchte es ist ein okles app lab titel und kostet aktuell 14,99 im okles app app store ist von den two guys games aus köln ist wie der name schon sagt es sind zwei entwickler und da möchte ich mich noch mal bedanken dass ich hier das gewinnspiel machen kann und ja die haben drei keys zur verlosung gesponsort also vielen vielen dank mega freut die community sich immer und ja in david lenken wir ein raumschiff ja was eigentlich quasi an unserer hand ist und unsere hand ist quasi das raumschiff und ja eigentlich müsste man sich relativ sportlich im raum bewegen ducken und links rechts und damit man so ein bisschen auch den paketen ausweichen kann und ja die gegner auch besser bezwingen kann ich weiß nicht so sportlich aber war auch mein erstes gameplay von daher war ich da noch nicht so gut ich bin bis stage 5 gekommen level 1 stage 5 ich glaube so ist das immer aufgeteilt es gibt mehrere level die sind damit stages dann unterteilt und ich bin da bis stage 5 gekommen mehr habe ich nicht geschafft und ja mir ist aber trotzdem spaß gemacht und ich zeige euch auch mal ganz kurz die ob das app lab seite und wie ihr hier schon seht 4,2 oder so sterne also auf jeden fall über eine vierer bewertung und das ist eigentlich gar nicht schlecht und ich finde es auch echt gut umgesetzt das game muss ich sagen mir hat spaß gemacht es gab auch auf facebook kommentare dass die leute das nicht gut fanden ich kann jetzt da keine großartigen negativen sachen zu nennen es ist halt ein wave shooter das muss man wissen es kommen raumschiffe auf einen zu immer wieder in level unterteilt und man kriegt power ups und wird besser und kann dann die ja die gegner relativ schwer besiegen oder leichter je nachdem wie man es findet also ich finde es ist ein game was man sich einfach mal eine halbe stunde stunde an macht und damit spaß hat und ja man muss das genre natürlich auch mögen aber ich fand es einfach mal was anderes und mir hat es spaß gemacht ja ich habe insgesamt drei keys bekommen die ich verlosen darf und ich möchte das ein bisschen aufteilen das heißt zwei keys werden hier mit diesem video verlost das heißt ihr schreibt unter dem video kommentare ich möchte mit am gewinnspiel teilnehmen ich möchte das game david gewinnen und so weiter und so fort also dass ich erkennen kann ihr nehmt daran teil dass keine bots da irgendwie was schreiben also wenn irgendein kommentar nicht in diese richtung geht dass ich erkenne dass man daran teilnehmen möchte ja wird derjenige dann halt auch aus dem gewinnspiel ausscheiden so werde ich gestalten zwei keys gibt es bei diesem video hier und dann könnt ihr auch gerne was zum spiel schreiben wenn ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge habt oder so ihr habt jetzt mein video gesehen und sagt ja da könnte der entwickler noch was machen da und da könnt ihr da gerne auch was unter die kommentare dann schreiben zu dem gewinnspiel und vielleicht lesen lesen die entwickler hier auch mit und können da eventuell dann auch ja den ein oder anderen verbesserungsvorschlag dann umsetzen weiß man nie ist aber schon schon mal eine gute möglichkeit wenn es schon deutsche entwickler sind ist die kommunikation auch einfacher ja so dann den dritten key den werde ich auf unserem discord verlosen und ich zeige euch mal kurz den discord werde ich auf jeden fall unten auch in die beschreibung packen alle video links und so weiter ob es app lab seite und auch unseren via germany world via world germany discord und da gibt es eine sektion die als community geschenke und da werde ich dann ein wort aktivieren wo ihr quasi dann ja das spiel dann auch gewinnen könnt ich werde so machen dass am zehnten zweiten das video das gewinnspiel video dann ausgelost wird das mache ich im live stream das werde ich wahrscheinlich über comment picker machen oder aber auch wirklich per kleine kleine zettelchen mal gucken wie viele leute daran teilnehmen dann werde ich das eventuell dann ja entweder über comment picker machen oder wirklich aus dem lostopf auslosen die zwei leute und den bord werde ich aktivieren bis freitag das ist der elfte und ja da werde ich das dann so machen dass es ein tag länger gilt auf dem discord und ihr dann auch eine chance habt dann noch daran teilzunehmen ja wir würden uns auf jeden fall freuen wenn ihr auch unseren discord besuchen würdet wir sind jetzt 100 leute und wir hoffen uns natürlich dass der discord immer wieder ein bisschen weiter wächst und ja da möchte ich halt noch mal darauf aufmerksam machen dass wir ja ein wachsender discord sind und wir haben auch die möglichkeit euch einen bluetooth fair zugang zu ermöglichen aber auch immer nur tagesabhängig das heißt ihr schreibt die mods an die dafür zuständig sind und ihr kriegt dann ein tagesticket und könnt dann auch mal ja bluetooth färben versuchen mit der quest und ja es ist eine möglichkeit wenn man keinen gaming pc hat auch mal wirklich pc vr games auf der quest zu zocken und ja das sollte man auf jeden fall mal machen ist ist was anderes als diese ganzen quest autarken titel aufwenden teilweise da sehr gute titel bei sind aber so einen half life alex oder sonstige games wanderer und so weiter und so fort die auf der quest zu zocken ist auch noch was anderes und das geht halt wirklich nur mit bluetooth 4 wenn man keinen pc hat ok leute nochmal zusammengefasst zwei keys werden hier mit diesem video verlost das heißt ihr schreibt unter die kommentare dass ihr auch wirklich daran teilnehmen wollt und so weiter und so fort dass ich das erkenne und ein key ein key wird auf dem discord verlost und alle links dazu sind unten in der beschreibung und ja wir würden uns freuen wenn ihr unserem disco join würdet und ja da gibt es immer wieder community geschenke ihr seht ja wir wir werden immer mal wieder was verlosen und ja ist so ein kleines dankeschön an die community die dann wirklich auch ja uns treu sind auch auf dem discord und deshalb dann ja der eine key hier und zwei für die youtube community die darf man natürlich auch nicht vergessen so das war es erstmal im großen und ganzen wenn noch fragen sind könnt ihr die gerne stellen gerne auch auf dem discord wenn noch irgendwas unklar ist und ja ansonsten wünsche ich euch das euch erstmal einen schönen sonntag und ja nicht vergessen das gewinnspiel geht bis zum zehnten zweiten und ich würde sagen einstellende schluss ist dann auch 16 uhr am zehnten zweiten und dann wird danach auch irgendwann eine livestream starten und dann werde ich das verlosen okay dann wünsche ich euch als allen viel glück und wir sehen uns am dienstag da gibt es dann wieder die vr games und da werde ich wahrscheinlich mit chris zenith zocken das heißt tupac und chris das erste mal gemeinsam in zenith im mmo und ich bin echt gespannt was da auf uns zukommt wenn die server nicht wieder streiken also bis dann ciao okay yeah ja 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 ja